Ja, ja, danke, 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 dass du mich auch abschlägst. Gut getan, ein Fan-T-Shirt, schon muss es sein. Gut, Zwilling kommen wir eh mal, Tick-Bälle normal. Wird mal richtig Zeit zum Wäscher. 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 Zeit zum Wäscher. Wird mal richtig Zeit zum Wäscher. Wird mal richtig Zeit. Wird mal richtig Zeit zum Wäscher. 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 Riecht, was der Meier regnet. Ja. Könnt schon hinschauen. Nur vergessen mal einen Aufschritt zu machen. Muss auch sein. So Leute. Wieder am Güttejuckeln. Ich fahre jetzt der Hanna. Auf der Fläche von Nico. Die von da bis da geht. Also, gut, drüber machen wir auch, wie es die ist, oder besser gesagt, ein Acker, wo gerade in Zern drin ist, der ist, ich glaube sogar noch eine Nummer, schmaler, egal, klein strukturiertes Gebiet sind wir hier teilweise, also, 5 Hektar Schlage ist schon groß, ja, für uns hier, gehen wir ein paar Kilometer weiter, das Badische, da gibt es schon größere Ecker, aber, ja, für uns sind 5 Hektar schon groß. Und dann gibt es auch Breckel, bloß mit 30 A oder so. Und das ist doch mal perfekt, das ist doch mal perfekte Aufteilung. Die Arbeit eines Profis. Und da kommen wir fast leer. Ja, genau, der Niko kriegt jetzt ein bisschen Gülle von uns. Keine Ahnung, was fahren wir da noch, jetzt ca. 15 Kubik aufs Hektar, halt auf Zwischenwucht ein bisschen. Der hat auch nicht viel. Und dann ist gut, und dann machen wir bei uns oder weiter, weil nämlich ist so, Klaus und Susanne sind jetzt im Urlaub, seit dem Szenen. Das heißt, wir müssen halt daheim nach allem gucken. Da kann man halt nicht auch ein wenig länger schaffen, sondern man muss halt dann auch in den Stall, bei Zeit. So, weil es ist so, wenn es halt passiert, dann sind der Niko nie halt auf dem Acker und der Klaus und Susanne machen das schon alleine mit der Oma und so weiter. Aber wenn die jetzt nicht da sind, müssen wir halt wirklich bei Zeit daheim sein, nach allem schauen und so weiter. Haben ja auch die ganze Verantwortung. So, da fährt der Niko in die Gülle direkt mit der Dreisleger, der Sämaschine hinein, seit seiner Zünderfrucht. Wir fahren jetzt bei uns erstmal auch alles Gülle und dann schauen wir mal. Für nächste Woche auf jeden Fall ist zwar der Schnitt für unsere Rinder angesagt, weil wir bekommen wieder auch Fläche dazu, die wir schon oft gemäht haben, da findet auch das Treckerdreck statt und das soll natürlich vorher gemäht sein, weil das ist Parkplatz und ja, schade um das Futter. Das ist so, der hat sich das ja frisch angesät. Das sehen wir dann, wie es ausschaut, weil das ist ja so, wenn du länger fünf Jahre eine Kultur drauf hast, das wird dann zu Grünland irgendwann mal und deswegen musst du halt alle fünf Jahre das rumbrechen und wieder frisch einsäen. Was auch Schwachsinnig ist, aber ja egal, das kriegen wir dann auch, deswegen muss das vorher passiert sein. Wird auch Zeit, das Drecks ist schon uralt. Ja, fahrt der Nico. Hier schön der Wengerzbuckel. Kranke Rübe. Ja. Das war das kleine Streifle, was wir vorhin gesehen haben, äh, vorhin die Gülle gefahren haben. Nico hat es, glaube ich, mittlerweile schon gesehen, sonst würde er nicht hier fahren. Kriegt er da noch ein Fesle. Ja, ich denke, der kommt schon gut hinterher. Und der kann schon auch recht zügig fahren. Ist ein bisschen weiter her zum Fahren. Jetzt direkt unter den Hof. Jetzt schon. Ob man da von links nach rechts, von rechts nach links, von außen nach innen, von innen nach außen seht, habt ihr auch schon was gesehen. Aber mit seinem 311er. Den haben wir ja schon gesehen. Beim dritten Schnitt ölend machen. Nein, 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 sieht der Karre aus. Sieht der aus. Siehst du, fast gar keine rote Felge mehr. Naja, jetzt noch ein bisschen Gülle fahren und dann wird es Zeit, dass er mal gewaschen wird. So, nämlich. Jetzt ist er aber sechs. Jetzt muss ich den Nico noch holen. Der ist jetzt den Akku fertig, den ich gerade nachgefahren habe. Und dann, ähm, jetzt in den Stall. So, heute war der Schroter da heute Morgen. Um sieben ist er. Da war ich im Stall, da habe ich keine Zeit gehabt zum Filmen. Hat hier mal zehn Tonnen rausgeschrotet. Oder neun Tonnen, weil da ist noch ein bisschen Kraft. Äh, irgendwie noch Al-Futter dabei gewesen. Ja. Also, sag mal so, dann muss er mindestens noch zwei Mal rausschroten, dass wir mal hier die Säcke wegmachen könnten eventuell. Oder halt einfach nicht. So. So, die Bretter hier kommt man schon weg, die hat es schon ordentlich zusammengedrückt. Unsere Wiese auch. Ist eigentlich schon auch schon der Alte, das zeigt es halt über. Lauschen, hier, wie man sieht. Ich rieche mal schon alle draußen sind. Klar, Bestand ist jetzt nicht so üppig. Hat also mal so ein paar Sokalstellen. Gut, hier war ein Parkplatz halt, muss man auch noch sagen. Aber, ja, es könnte auch runter. Viel Material gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber das kommt eigentlich ins mittlere Silo. Und das mittlere Silo füttern wir gerade noch. Wieder Silo-Baller machen. Hm. Das ist ja lauert, total teuer. Ein Fall ist am Silo-Baller machen. So, Freunde. So sieht man aus. Und es geht sogar noch eigentlich, wenn eine Kuh ein Kalb zur Welt gebracht hat. In dem Fall sogar zwei. Das eine lag schon da. Und dann habe ich gedacht, bei dieser großen Kuh ist das arg klein. Dann habe ich reingelangt, habe sofort gesehen, oh, da ist noch was. Schnell umgezogen. Habe es noch rausgezogen. Habe noch leider ein bisschen zu spät geschaltet. Das ist mir jetzt gerade auch ein bisschen ärgerlich eigentlich. Hätte ich bloß die Kamera mitgenommen. Weil es war so. Normalerweise kommen die immer so auf die Welt. Also beide Beine voraus. Und der Kopf dazwischen drin. Wie ist es, wenn man so einen Kopf rummacht ins Wasser? Und ich habe nur den Kopf gespürt. Also muss man dann ein bisschen Anschlag reinlangen. Beinchen hochvoraus holen. Zum Glück kam es vorwärts. Wenn es um den Rücken kommt oder rückwärts ist immer schwierig. Dann brauchen wir gleich einen Geburtshelfer. So habe ich jetzt einfach von der Hand unterstützt oder mitgezogen. Sie war halt ein bisschen aufgeregt, weil ich ihr das Kälbelein her dann nachgelegt habe. Weil das ist noch davorgekroppt. Dann habe ich sie her nachgelegt. Dann ist sie aufgestanden, hat sie geschlägt. Dann muss es halt stehen draus. Hier war auch kein Problem. Wenn es liegt, geht es einfacher. Aber in dem Fall war es sogar gut, dass sie gestanden ist. Weil so das Becken ist ja abfallend. Und wenn man dann irgendwie ein bisschen reinlangen muss, was machen muss, um den Fuß vorzuholen. Dann ist es gut, wenn es steht, dann rutscht das Kälbelein und dann tut man es sich leichter. Weil die hat ja auch Wehe gehabt. Die hat auch gedrückt. Dann musste ich halt immer gucken, dass ich zwischen der Wehe versuche den Fuß vorzuholen. Oder ich sage beide. Beide waren hin. Das heißt, sie hat einen Kopfsprung gemacht ohne Arme vorne. Und das wäre auf jeden Fall nicht gegangen. Jetzt lassen wir das noch ein bisschen schlägen. Dann kriegt die Kuh jetzt noch einen Kuhdrank, so einen Energietrank, dass sie halt einfach von den Strapazen, von der Geburt sich ein bisschen besser erholen kann. Und so weiter. Da ist auch Mineralien drin und Vitamine und so weiter. Und natürlich auch Zucker, also Energie. Und dann muss ich für die zwei, haben wir zum Glück gerade Platz, eine Kälberbucht herrichten. Und dann können wir die aufräumen. So, der Neko fährt gerade Gülle. Den würde ich gleich mal herzitieren, weil heute Abend auf der Zweikühe, halt schon, euer Kuh mehr melken. Mein Gott, und Zweikäber mehr trinken. Ja, das sind beides Bullenkälber. Als Wirtschafter würde man sagen, du hast jetzt kein Geld mitgemacht. Weil die kleinen Dinger bringen nicht viel, weil sie nicht viel wiegen. Und natürlich braucht es ja auch ein bisschen mehr und länger Zeit, vor allem, bis sie was wert. Aber du kannst nichts machen. Das ist halt so. So. Ja, ja, und das ist normal, dass sie immer so machen. Ja, alles gut. Alles gut, Leute. Das versucht er auch gleich noch anzustehen. Ja, Viecher. Mann. Jetzt beruhigst du dich mal, ja. Das ist halt so, wenn halt dann ein Kälber irgendwo rumtappen, da sind alle nervös und alle wollen es schlecken. So. Manchmal sogar so, dass die Nachbarkuh es mehr schlecken will, wie die Mutter eigentlich, gell. Das ist halt hier ein bisschen die Gummimatte, ist halt ein bisschen rutschig. Wäre das jetzt ein Erdboden mit griffigerem Untergrund, hätten die jetzt vielleicht, wären die beide vielleicht schon stehen. Mensch, du machst Sachen. Bleib mal liegen. Jetzt gehst du mal da unten raus, komm. Komm mal her, Alter, komm mal her. Ja, ja, danke, 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 dass du mich auch abschleckst. Oh, such ein Gesicht. Oh, ist das nett. Ist das nett, Alter, gell? Ja, freilich. So, komm her, Alter. Na ja, du kennst das schon. Du kennst das. So, das ist jetzt leicht angewärmt. Da, geh weg. Das, ähm, das sparen sich auch so. Man soll im Sommer eigentlich nichts Kaltes trinken, sondern eher warmes. Geh, fahrt. Ja? Rüder, Hanna. Zweimal Bullokalb. Ja, jetzt haben wir die Käbel wegnommen. Hei, ja. Nico, bringst du das Magzeug? Ja, das gefällt dir nicht. Wenn ein wenig ein Ziege ist, ist es ein wenig. Hörst du mal, zieht es auf dem Siegel raus. Gut, Zwillingen kommen eh immer zig Pälder noch mal. Ja, aber es ist für die Eutergesundheit doch einiges besser, wenn man es neu macht. Ja, das können wir auch irgendwie spielen, Oma. Ja, ja. Ja, das ist der Hanna, das ist die Milchkante. Hät er mir jetzt vielleicht vier. Ja, wenn es sauft, ist gut. Ja, aber wenn es nicht so ist. Muss ja auch ein rechtes Kälbchen wehren dann, weißt du? Ich muss jetzt beweisen, was kannst, ob man ein rechter Pfuscher bist. Die Bieschmilch ist um einiges fetter und ist auch energiereicher. Bebt um einiges besser auch noch ins Merkzeug rein. Und deswegen ist es ihm so wichtiger, dass man es auch gleich sauber macht. Und dann ist auch dieser Zitzenversiegler dabei. Dieser Zitzenversiegler macht eigentlich das, was er schon sagt. Er macht unten in der Zitze, wenn man die Kugel trocken stellt, einfach einen Fropfen rein, dass da keine Keime rein können. Problem ist halt, das Zeug ist halt richtig zählend. Beb, ich muss ja auch irgendwie im Euter heben. Und dann kriegt man es halt auch nicht so gut raus. Und wenn man es dann ins Merkzeug reinholt, hast du halt gleich wieder mal höher. So, jetzt erst bloß mal geschenk grob durchschwenken. So, ist gut. Ja, noch stinkt auch kein Merk. Aber auch wann geht es nicht. Die zwei haben jetzt schön gesoffen. Du willst wieder nachstehen, das sehe ich schon. Das ist ein Tick fitter wie das. Das ist ja das, was ich rausziehen musste. Wenn man es hören kann, das hat ein bisschen Wasser in der Lunge. Das kommt als Vor nach der Geburt, also ein bisschen Fruchtwasser zu schlucken. Das hat auch trotzdem seine gute Zweite gesoffen. Gell, die anderen stinken gar. Aber man hört es halt leicht röcheln. Aber eigentlich sind sie relativ fit. Beide, das hat da die Flasche gezogen. Wie ein großer. Gell. Jetzt lassen wir euch mal nicht rum. Und wir zwei kriegen jetzt Salte. Ja. Das ist halt so. Ein Heu ist halt schmackhafter. Zumindest was Sonderes. Und dann fressen sie halt auch mal gern was davon. Und schade mir. Weil wenn sie, oft ist es so, wenn sie nicht mehr arg fressen wollen, wenn sie auch mal krank sind, kann ich auch mal vorkommen. Und dann kriegen sie Heu und dann fressen sie halt wenigstens von dem ein bisschen was. Ein hoher Strukturenteil. Wenn sie jetzt wenig fressen, können sie auch wenig wiederkauen. Wiederkauen ist sehr wichtig für die Kühe. Und dann, wenn sie ein bisschen Heu fesspern, haben sie Struktur, damit sie wieder kauen können. Trinkst du auch was. Das ist gut. Gell, Alter? Okay, hast du zum Teufelmaterial. So, ist wieder fertig für heute. Es ist schon viertel sechs, ich muss erhören. Ihr seht noch schnell dahin sein Äckerle voll dahin fertig. Und dann schon eine Stallzeit. So. Wenn man sagt Äckerle, ich weiß nicht, was das dahin ist. Also, ja. Der erste Häckserbreiter wie der Acker. Gibt es dahin auch öfter solche Streifen. Also, das ist der Kopf, gut getan, mit einem Fan-T-Shirt. So muss es sein. Jetzt stehen wir hier. In einem Maisbestand. Der ungefähr so mittig rumgesät wurde. Mittig von unserem Mais. Also der erste Mais, den wir gesät haben. Den haben wir gestern Abend angeguckt. Wir sind verschrocken. Weil den gibt mir Häckseln. Keine zwei Wochen, dann ist der weg. Man hätte ja Silo Platz frei. Also das große Silo könnte man nehmen. Da sind die Körner auf jeden Fall schon hart. Und hier, checke ich mal. Die ist noch weich. Seht ihr da? Der ist noch Milch- oder Zeigreife. Der hat schon noch ein bisschen Zeit. Ob man den überhaupt häckseln, ist die andere Frage. Vielleicht kriegt man Biogasanlage. Das wäre das aufwachste. Weil der Rest ist halt auch mal so eine Dauzweile noch länger. Bis dann so die Dachnerei kannst zum Schaffen. Und wenn dann Biogasanlage kommt und bei Zeit weg häckselt, ist gut. Also man sieht hier, der hat, äh, so der Haben. Oh, jetzt probieren wir mal was aus. Hier. Maisdingeln als Kamerastativ. Geht das? Ja, freilich geht das. Hehehe. Bin ja ausgestattet. Vom Krasisch Maiskolben sind teilweise auf 1,80 Meter Höhe. So. 2 Meter sind wir locker bei 3,40. Also 3,50 Meter würde der Hanne, der Bestand haben. Nichtsdestotrotz, äh, ja, war ich etwas überrascht. Aber man schaut hier, die Kolben eigentlich fast ein bisschen gefüllt. Schöne, große Kolben. Viele Körner. So muss das sein. Der um den Hofrum ist halt nicht so schön. Und dann wäre es fast lieber, um den Hof rum den Mais zu lassen. Und erst auswärtige Holle, weil der hat schönere Kolben und auch mehr Material. Wo wir eigentlich ziemlich hoch abhäckseln wollen, weil wir wollen Qualität nicht bloß Stängel haben. So. Egal was ich eigentlich hier bin, das ist nämlich der weit, am weitest entferntesten Acker. Mit, würde ich sagen. Weil, wir mulchern da. Und, jetzt wird die Zwischenfrucht, äh, Zwischenfrucht sage ich immer, die Stilllegung niedergemacht. Weil ab 15. duften wir es, oder hat man es mulchen dürfen. Jetzt haben wir halt Zeit, machen wir das so. So sieht das jetzt aus. Steigen wir gleich mal ab. Gucken wir mal, wie gut die Mulchqualität ist. Da wächst halt auch neben dem gesäten roten Weißli, halt auch nach auf anderen Lumpengerust. Auch die Stillen, die ja jetzt wunderbar ausgesamt sind, oder am Aussamen sind. Also da tust du so viel Müll vermehren mit so einer Stilllegung. Also, ja. Ich bin da, ja. Wenn man es, es gibt bei manchen Flächen Sinn, oder bei manchen Ecken, wo man stilllegt, wo man nur sagt, schlechter Boden, schattig, weiß der Geier was, Ackerunförmig, und da muss man halt irgendeine Spitze irgendwie stilllegen. Aber halt. Als Regierung zu kommen, einer muss jetzt hier so und so viele Prozent werfen. Uhlala. Das ist gefährlich. Guckst du hier. Der Fläche stilllegen. Ai, ai, ai. Also, ich darf den Müll nicht komplett ablassen. Ich weiß jetzt auch was. Ja. Also, auf jeden Fall ordentliche Matratze da. Muss man schauen, dass man der Cobra nicht irgendwie zufahrt mit dem Zeugs. Ja, ein paar Stupfe stehen noch. Ich habe ihn auch nicht allzu tief eingestellt. Jetzt hier habe ich ihn auch nicht ganz, ganz unter gehabt. Sondern so halb hoch. Ja, aber das reicht trotzdem. Alles, alles Samen, Scheiß. Ja, klar. Der Glee, der ist schon sehr, sehr, sehr überständig. Der ist ja teilweise schon mal abgestorben. Und jetzt wird er wiederkommen. Also, wenn man dann irgendwie eine gute Frucht gesät hat, die auch wirklich den Bestand komplett bedeckt, wie jetzt der Glee hier. Hier ist jetzt okay. Da war es jetzt so viel. Aber da vorne und unten ist ganz schlimm. Da wächst ein Haufen anderen Gruscht. Weißt du, der unterdrückt dann auch das andere Sache ein bisschen. Was man nicht unbedingt will. So einen Glee, den vermischst du weg. Und dann ist er weg in der Regel. Aber, äh... Ja. Schauen wir mal. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Egal. Auf jeden Fall liegt hier so ein Berg, wie man vorhin schon gesehen hat. Berg voll Material. Eigentlich nicht schlecht für einen Kleiner. Das ist halt die Frage. Sollten wir es noch abdrücken lassen? Ja, vermutlich. Heute habe ich eh keine Zeit. Morgen werde ich Külle fahren. Dann soll das Oberdorf ein bisschen abtrocknen. Dann kann man es grubbern. So, jetzt bevor wir nach Hause fahren. Deswegen habe ich den Karre ausgemacht. Den wir hier Kühlergrill säubern. Weil länger in der Scheiß will ich nicht mit Hause nehmen. Mein Gott, sieht der Bullock aus. Ohne Witz. Wird mal richtig Zeit zum Wäsche. Jetzt komme ich raus. Diese hellgraue Reifen mit neutral verträgten Felgen. Plus einmal schwarze Laufläche. Oder schwarz-grünlich ist er fast. Weil das ganze Zeug jetzt drin ist. Naja. Ja. Rücher. Nicht schlecht. So, genau. Wie gesagt, den Unkrautscheiß will ich halt nicht daheim haben. Irgendwo. Nicht immer gerade daheim lassen. Ist eh schon genug von dem Scheiß da. Und deswegen mache ich ihn aus. Weil sonst zieht die ganze Zeit der Lüfter das Zeugs wieder an. So. Der Fahrtwind macht jetzt auch noch ein bisschen weg. Aber dann hält die Lüfter bloß wieder fest. Deswegen schön weg. Weil nämlich, jetzt geht es nämlich in der Viehweide weiter. Seht ihr gleich. Jetzt muss ich nach Hause fahren. Und dann zeige ich euch, was wir da machen müssen. Da geht es steil her. So. Jetzt sind wir in der Viehweide. Hinter dem großen Teil, das ich mal gemäht habe. Vor eine Weile. Da haben wir sieben noch. Überall die ganze. Vor allem hier unten war halt viel Material gewesen. Oben war teilweise abgefressen und war dünner. Da sieht man halt schon noch ordentlich. Das Zeugs für sich noch gammeln. Das Gras wächst schon durch. Das heißt, wenn ich im Frühjahr das mal striegle, dann kommt da auch wieder ein Hauchen Filz unten raus. Das zeige ich zum Spaß. Da haben wir gerade mal zwei Spuren gemulcht. Das Sieb ist halt das ganze Scheiße da hochgekommen. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal. Da können die Kühe da schön fressen und so dir. Weil das, was da gerade wächst, ist eigentlich ein schönes Futter. Eigentlich bin ich ja da, weil der Bereich hinter mir, jetzt sehen Sie es gleich, der arg steil ist. Da bin ich im Mähberg nicht gefahren. Weil da musst du immer nur bergauf oder vorwärts nachfahren. und rückwärts runter, sonst schmeißt du den Karig um. So. Jetzt schaue ich da hinten halt noch mal an. Irgendwie das Brennnesselfeld noch weg, wenn ich schon da bin. Ja, sieht schon wild aus da hinten, gell. Schon viel Material da. Aber sie sieht sauber aus. Das da oben ist auch eine Baustelle. Das ist auch ein Geschäft. Bis wir den Lumpengerust weg haben, dann müssen wir vielleicht das Brat und die Früste wegmachen, dass wir dem Zeug Herr werden. Und wenn wir da noch mal anlassen, den Mulcher. Mal ein bisschen Material mulchen. Das dauert halt jetzt der Winter, bis das voll verreckt alles. Aber auf jeden Fall, die Kühe das nicht fressen, so können sie wenigstens ein bisschen Jungsgras abnagen. Ja. Abfahren wäre vielleicht dann doch die bessere Variante gewesen. Wäre halt auch wieder auf dem Geschäft gewesen. Aber... Ja. Wenn sie es nicht fressen, dann muss halt weg das Zeug. Na ja. Egal. Weiter im Geschäft. So, jetzt. Fahr mal rein. In das Tal. Da kannst du das dann auch über einen ziemlich steilen, unwegsamen Weg reinfahren. Ja. Oh ja. Ist halt alles durchs Wasser, durch die Trampelpfade der Kühe. Alles ein bisschen unwegsam. Auf jeden Fall, ja. Weil schlechte Bedingungen ist hier reinfahren, nicht so geschickt. Und ich hab, denke ich, nehm den 400er zum Mulchen, aber der hat auf jeden Fall viel zu schlechtes Profil. Und deswegen nehmen wir jetzt halt einen 5er. Kühlephase schnell abkänke. Mal den ganzen Gruscht weg. Meine Sicht ist halt jetzt hier eher suboptimal. Durch noch ein bisschen reiche Scheibe, gegen die Sonne. Wäre halt dann doch ein bewirkter Tag etwas besser für das Geschäft. So, also geradeaus, wo genug ist, gar kein Problem. Können wir am besten aufsteigen, um mal zu gucken, wie wirklich steil es würde ich aufbauen. Läggschenchenchen, bis dahi machungen. So, ist das so gut, das ist so gut, ist es so gut. So, das Ganze das Ganze vom Lied hervorheben, wenn du nie wohnst um. So, dann weiteres überlegen, wasst du nicht mehr so gut. So, jetzt gibt es das Ganze auf die Sonne. Wärtschenchenchen, auf den Heimschacht. Da, also mit dem Himmelschenchen, auf der Dijkertum. So, jetzt hier in die Trampelpfade. So, das Ganze ist ja auch nicht so wichtig. So, jetzt nicht mehr so gut, wenn du nicht mehr so gut ist. So, ich bitte nicht mehr so gut geht. So, das Ganze ist ja schon gut. Hier, man merkt richtig, das ist richtig sumpfig, alles umkippt, mosig, wie die Sau, so, dann haben wir hier einen Baum liegen, oben liegt noch mal einer, und jetzt sehen wir mal, wie steil das ist, so, das ist ungefähr gerade, von der Seite her, ja, geht, würde einer sagen, aber schon ordentlich, ja, das ist auch schon wegtrickelt, aber seht ihr hier, nur Moos, also wenn es feucht wäre, hätte ich es sofort abschmieren, am Schlepper. So, 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 so. So, 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 so So, jetzt haben wir mal der Hanna, der noch ganz an der Hanna möchte. Jetzt mache ich bloß da unten noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal.